Willkommen bei Mineralägger, Ihrem Hersteller und Großhändler für Mineralien, Edelsteine und Edelsteinprodukte. Egal ob Gesundheits-, Wellness-, Büro- oder Privatbereich, unsere beleuchteten Gemstone-Tiles lassen ein beruhigendes, unaufdringlich angenehmes Ambiente entstehen. Ihre Räume werden somit positiver Energie erfüllt, welche an den Menschen weitergeht. Im Innen- und Außenbereich zaubert unser Naturquarzit dekorative Wände und ästhetische Bodenbelege. Alle unsere Steine kommen aus Brasilien, wo die Artikel liebevoll von Hand hergestellt werden. Unsere Produktpalette wird ständig erweitert, zum Beispiel mit unserer Edelstein-Kosmetik-Serie Gem-Touch oder Naturkristallsalz und anderen Wellnessprodukten. Importeure, Verarbeiter und Händler aus aller Welt schätzen unsere hohe Qualität, die fairen Preise und die termingerechte Lieferung. Entdecken auch Sie die Kraft unserer einzigartigen Edelsteine. Spüren Sie die Energie der Edelsteine.